Passt auf, Vergesslichkeit hat zwei Bedeutungen im Arabischen. Eine Vergesslichkeit in Form einer Barakallofikum-Eigenschaft, die negativ ist. Das wird ein Mangel. Ich habe vergessen. Du solltest das machen, oh, ich habe vergessen. Das ist Mangel. Aber es gibt eine Vergesslichkeit, die ist als Strafe und nicht als Mangel, sondern aus Strafe. Sie haben Allah vergessen, indem sie Allah nicht erwähnt haben, indem sie an Allah nicht geglaubt haben. Dann hat Allah sie bestraft und vergolten, indem Allah sie vergisst, das heißt, so lässt. Subhanahu wa ta'ala. Deshalb müssen wir aufpassen. Jede Handlung, die Allah zugeschrieben ist, und die könnte mit unserem Verstand nicht zu vereinbaren sein, deshalb müssen wir verstehen, die Eigenschaften Allah sind seine und unsere sind unsere. Wir können nicht sagen, aber Allah hat eine Eigenschaft, Vergesslichkeit, und da verstehen wir wie unseren Mangel. Nein, Allah vergilt das. Barakallahu feekum. Zahra kum bachay.